Heute wollen wir euch zeigen das Geschäft von Ernesto. Genau, kommt einfach mit rein, schaut euch um. Vielleicht ist was auch für dich dabei, hier in Bella Vista bei Hohenau. Ja, gut, ich lade alle ein zu meinem Geschäft, das heißt Mercado Europeo, das heißt europäischem, ich sag mal Mercado, das ist ein Geschäftlad. Wir haben auch von Ernesto ein Interview gemacht, in dem er seine Geschichte erzählt. Bleibt auf jeden Fall dran. ... ... ... Soll ich mir echt drüber nachdenken. Ich habe auch eine Marierkrüge gefunden. Soll ich das gleiche. Das war's für heute. Also wir überlegen jetzt gerade ernsthaft, ob wir lieber das hier kaufen oder das hier. Hier gibt es auch deutsche Matratzen. Ziemlich, ziemlich viele. Wir zeigen euch jetzt mal gleich einen Einblick, auch unterschiedliche Härte, gerade je nachdem, was gewünscht ist. Wir sind Vertreter von einer Matratzenmarke von Deutschland, von Frankenstolz. Wir arbeiten schon 21 Jahre. Sie können Ladendröste bekommen, sie können Matratzen bekommen, sie können Decken, Betten, Kissen, alles mögliche, was sie wollen, können sie hier bekommen. Und mit einem guten Preis und auch gute Ware. Erstklassige Ware. Wir haben hier auch Couch zum Verkaufen, Mebel vom Jahrgang 1840, 1860. Wir haben ziemlich von alles etwas, was den Leuten interessiert. Können Sie doch hier vorbeischauen und nebenan das Museum anschauen und können alles in einem Tag machen. Und ich erinnere mich auch nicht, wenn ich etwas verkaufen kann. Sie sind alle herzlich eingeladen und kommt, wir reden Deutsch, Spanisch, leider Englisch nicht. Aber wir werden uns irgendwie verstehen.